Was geht YouTube? Nach einem ganzen Jahrzehnt bin ich wieder da und ich würde sagen wir starten mit dem Video. Nach einer so langen Zeit treffen wir uns hier in Warzone. Ich würde sagen Vanguard Royale. Braucht niemand, wir spielen einfach Rebirth. Ich habe auch die Hügel genommen. Nice one. Nice one. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und mit diesen letzten Clips würde ich mich schon mal verabschieden und sagen, ich hoffe es hat euch gefallen, das Video anzugucken. In den Kommentaren könnt ihr natürlich schreiben, was euch speziell jetzt nicht gefallen hat, damit ich mich natürlich verbessern kann. Und anschließend würde ich sagen, über ein Abo für mein Comeback würde ich mich freuen. Und ein Like könnt ihr auch gerne da lassen, mich zu unterstützen. Und hiermit würde ich mich verabschieden. Tschüss.